Und das sind wir wieder. Hier ist der Nacht so in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1743. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich lese hier gerade was ganz Interessantes im Internet. Und zwar hat die Firma Primark, die mit extrem billiger Kleidung in die Schlagzeilen geraten ist, auch für unglaubliche Produktionsbedingungen, eine Filiale in Dresden eröffnet. Hat da mit einem Ansturm von ca. 20.000 Menschen gerechnet, aber gekommen ist noch nicht mal ein Zehntel leerer Absperrgitter vor den Filialen, wenn man den Medienberichten Glauben schenken darf. Und das ist eine Sache, die mich persönlich freut. Vielleicht hat es sich ja bei vielen Deutschen mittlerweile rumgesprochen, dass man, wenn man billig kauft oder extrem billig kauft, unfassbare Arbeitsverhältnisse am anderen Ende der Welt fördert. Jeder ist selbstverantwortlich für das Leid auf der Welt, was er unter anderem dadurch fördert, dass er eben in bestimmte Läden einkaufen geht. Und ich freue mich, dass vielleicht die Dresdner da anderen schon ein bisschen voraus sind. Weil wenn man sich so anschaut, was z.B. in Berlin los war, als die Primark-Filiale eröffnet hat, das ist ja nun ein völlig anderer Auflauf gewesen. Dann freut es einen schon, dass vielleicht der Hype um solche Ketten mittlerweile abgeflacht ist und die Leute einfach verantwortungsbewusst mit ihrem Geld umgehen. Und das wünsche ich mir natürlich von allen Bürgern und es ist für mich auch kein Argument, dass man immer sagt, es gibt Leute, die haben einfach nicht so viel Geld. Wenn ich das sehe, dass dann 10 oder 20 T-Shirts für 2,90 Euro gekauft werden, ist es nicht eine Frage des Geldes. Da kann man sich auch ein T-Shirt für 40 Euro kaufen, was vielleicht in der EU genäht worden ist oder vielleicht sogar in Deutschland. Ja, wenn man von, wie heißt die Firma nochmal, ich habe mir bei denen auch schon T-Shirts gekauft, Trigema. Die werben damit, dass sie in Deutschland ausschließlich produzieren, man sichert damit deutsche Arbeitsplätze und hat was für sein gutes Gewissen, aber auch für die Menschen vor Ort getan. Aber das Geld ausgeben geht ja jetzt erst richtig los und es lohnt sich immer mehr, nachdem nun auch die Commerzbank angekündigt hat, Strafzinsen zu verlangen für die Einlagerung von Geld. Betrifft natürlich dich und mich nicht, denn es geht hier um sehr hohe Guthaben, die man haben muss, bevor man da Strafe bezahlen muss. Aber letztlich schadet das Geld auf den Sparkonten der deutschen Wirtschaft. Deswegen gebt es bitte aus und vielleicht auch schon jetzt, denn Weihnachten steht vor der Tür. Nicht, dass ihr noch in die Verlegenheit kommt, dass es dann kurz vor Heiligabend ist, ihr überhaupt gar keine Zeit mehr habt und dann möglicherweise auch noch bei Amazon bestellen müsst. Das kann man natürlich vermeiden, wenn man den Einzelhandel fördern möchte, indem man jetzt schon, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, bummeln geht, in die Innenstädte, den stationären Einzelhandel ein bisschen unterstützt und dann hat man den Stress zu Weihnachten nicht. Und wenn ihr dann auf dem Rückweg seid, vielleicht gleich noch Winterreifen aufziehen lassen, dann müsst ihr nicht in der Schlange ganz hinten stehen, wenn der erste Schnee fällt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Ich hoffe, heute war der Podcast von der Sprachqualität in Ordnung und auch laut genug und dann hören wir uns vielleicht schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Is Was Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das ist immer wieder.